Das ist der kleine Topolino, der lebt momentan noch bei der Sterla in Kroatien und er wünscht sich aber unbedingt ein Zuhause, wo er der einzelne Prinz ist. Er versteht sich zwar mit anderen Hunden, aber er bevorzugt es schon, die alleinige Aufmerksamkeit zu bekommen und deswegen wäre ein älteres Tierpaulareinstehender Mensch, der nicht so will oder mit anderen Hunden unterwegs ist, für ihn ein Traum Zuhause. So ist es sehr kuschelig und verschmusst und er kann jede Zeit adoptiert werden.